Ja, hallo liebe Leute! Im Moment bin ich noch ganz entspannt hier bei mir zu Hause, aber nicht mehr lange. Und dann geht's los nach Köln in den Tanzbrunnen zu unserem ersten Original-Egerländer-Festival. Wir freuen uns wie verrückt auf euch. Es wird bestimmt ein Riesenevent am 26.05. am Vatertag. Kommt alle in den Tanzbrunnen nach Köln, sichert euch Tickets. Das wird ein Riesenspaß. Es wird Begegnung, es wird Musik, es wird Freundschaft pflegen und und und. Wir freuen uns total auf euch. Sichert euch Tickets. Jetzt!